Ton. Läuft. Kamera. 2, 1, 1. Take 3. Und... Bitte! Und bitte! Sehr gute, sehr gute Aufstände! Nicht auf deine Füße gucken gleich beim Aussteigen, ne? Und... Aussteigen! Scheiße! Hier geht es darum, die Stärken und Schwächen einzelner Sorten als Agrarpflanze zu erkennen. Und... Bitte! Uschi! Und... Bitte! Und dann hat sie gesagt... Und bitte! Selbstverständlich! Fragte ich nur, wie ihr das dieses Wochenende... Genau, richtig! Das ist eine 700m Anlage zur Brennstoffzelle. Das haben wir jetzt... Damit sichere ich auch! Die Nacht! Kompliziert, oder? Heißt aber eigentlich nur... Du bist ja eher so... ... in Schritte. Genau! Bist ja eher so einen Schritt zur Seite gegangen. Ja! Dann hast du dich schon geöffnet. Und dann müsstest du eigentlich die Bewegung machen... Fragte ich nur... Ich schricke mal eine Gruppe biose. Du bist jetzt nicht so... Du bist dann... Passt? Ne, ich habe es verkackt, weil ich dachte, wir machen jetzt nur für Instagram. Geil!